Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zum Zoo-Wärter-Simulator. Besser bekannt als das Spiel, wo alles ohne Grund explodiert und in die Luft fliegt. Aber bevor wir anfangen, an alle, die Fortnite spielen. Es ist anscheinend eine neue Season rausgekommen, da wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Du fix, du fix, du fix, du fix, du fix. Der Creator-Code für Ehrenmänner. Gibt's sonst noch was zu sagen? Ähm, ich schau grad auf meiner Liste, ähm... Ach ja, abonniert mich bitte, ich bin erst bei 248.000 und ich will die 250.000, bitte! Okay, es reicht, los geht's. Ich bin Manfred, ich bin Zoo-Wächter und arbeite seit 57 Jahren im Zoo Berlin. Hier ist noch nie irgendetwas ausgebrochen, weil ich hier war, um für das Rechte zu sorgen. Hey, Zoo-Wächter, hey, hey, hey! Was ist denn los? Hey, hey, hey! Was, was ist da? Hä? Ich glaub, der Elefant hier hat nen Anfall. Oh! Oh Gott! Komm her! Ohohoho! What? Problem gelöst. Genau deswegen wurde ich nie pensioniert. Ich geh jetzt speisen. Ich hab Mittagspause. Hast du Lust auf nen Kinderpinguin? Nein! An alle Einheiten. Pinguin und Elefant auf Durchreise. Sicherheitsbeauftragter, tun sie was. Na, dann eben nicht. Wo ist der Zugliefer hin? Ich bin weg. Ich bin auf der Flucht. So was hab ich in meinen 57 Jahren noch nicht erlebt. Elefant und der Pinguin tun sich gemeinsam gegen die... Was war? Wir müssen das Übel ausschalten. Ich bin kein Übel. Ups. Da vorne! Ich seh... Ich seh sein Leben! Ich seh sein Leben! Ich seh sein Leben! Ah! Was ist das? Nein! Ich brenne! Oh oh! Oh! Ach! Ich gehh...! An alle Einheiten. Es ist n Notfall! Jaoooo! Hallo! Was? Hilfe! Ich will jetzt nicht koscheln. Aua! Momentmal! Das geht? Aha! Wenigstens kann ich jetzt mein Daniel Workout machen. Yeah! Ist ziemlich stark geworden. � Was? Was? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Du bist grad auf dem Hinterbein gelaufen bei mir. Ah! Geht weg! Das hat mir mehr Schaden gemacht als alles andere. Oh, vor diesem Brett. Ich hab ein Game-Bring. Schmeiß allein, lass mich runter. Hier, nehm du. Ah! 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 Nein, hör auf sich zu mir zu legen. Hör auf mich zu belästigen. Nein! 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 Okay. Verfolgungsjagd! Nein! Nein! Stell dir vor, du bist so richtig. Komm her! Ah! Komm her! Das ist so schlimm! Oh mein Gott. Nein! Wo ist denn der Ausgang hier eigentlich? Hm, du bist für immer hier gefangen. Nein! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich komme! Nein! Ich komme zur Hilfe! Nein! Nein! Das gibt's hier nicht aus dem Weg! Aus dem Weg, Giraffe! No! Ah! 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 Die Karre... Ja, ist futsch. Ich brauche ein schnelleres Fahrzeug. An alle Einheiten! Wann kommt die endlich? Schnell ins Aquarium rein! Oh nein! Ups, ich muss rückwärts. Was? Ah! Ah! Nein! 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 Ja! Ja! Fahre mich so tief, Alter! Hey Bruder, was geht ab? Komm her, komm her! Komm, komm, komm! Ich hab Staub nicht! Du, du... Ups... Hallo Bruder! Komm mit mir mit, komm. Darf ich mich helfen? Okay, ich bin bereit. Guck mal! Das ist Brudi vom Zooverein. Hallo! Ach, nee. Das kann nicht sein. Alter, der hat einen langen Halt. Du musst den Allwert aufhalten, Hermano. Okay, okay. Du musst den Allwert aufhalten. Aber was ist mit deinem Halt, Sü? Ich komme mit. Kein Problem. Ich kann mich bewegen, also. Fangen wir. Komm, wir suchen, wir suchen, Albert. Was ist da los? Ey, ey. Die Verfolgungsjagd. Scheiße. Kommst nicht hoch. Ja, ich habe ihn. Okay, unter Wasser geht es weiter. Ja, ich habe ihn gleich. Ich habe ein neues Bäschen gefunden. Was? Stell dir das mal für die Zuschauer vor, wie das aussieht. So Delfine runden einfach. Kommst nicht an dir. Scheiße. Ja. Ich habe allwärts Fluchtfahrzeug. Und doch unzufickst. Au. Ne. Trotzdem gewonnen. Es ist so dämlich einfach. Wartet, Leute. Dreh doch mal um. Warum seid ihr so. Ich habe Mühe. Warum seid ihr so. Wartet doch auf mich, Leute. Was geht? Na? Hallo, Jungs. Wir sind Zöcken. Nein. Nein. Ich teile es euch weg. Der Zug hat es schon abgelegt. Nein. Ich komme mit. Wir fahren jetzt durch den Dino zu. Eine Rundtour. Ja. Yeah. Oh. Mein Ball. Schau ihn dir an. Ich will Ball. Mein Ball. Ich will noch eine Konkrete damit. Äh. Was ist mit dem Wagen los? So geht das aber nicht. Oh, da brennt. Ähm. Ich bin unter der Map. Und jetzt bin ich. Wow. Leute, wartet auf eure große Schwester, bitte. Okay. Aaaaaaah. Was macht ihr an mir? Geht weg. Ich kann nicht aufstehen. Wieso ist das ein Zeck? Einfacher. Ähm. Ähm. Du, Felix. Was hast du mit deinem Hals gemacht? Was ist das? Warte, ich will mich gerade festbeißen. Ich will mich gerade festbeißen. Ich muss den jeden Tag ein bisschen dehnen. Das gehört zu meinem Morgenretour. Ah. Was ist das denn? Er hat mich getacert. Was? Ihr klebt immer noch an mir. An deinem Kopf. Ich kriege euch nicht weg. Warum willst du uns weg haben? Aaaaaaah. Aaaaaaah. Faction. So. Oh Gott. Ich, ähm. Das war keine gute Idee, glaube ich. Das Kamel genommen? Da. Ja. Da. Da. Ich schon wieder. Ich bin auch. Tschüss. Ciao. Auf nie mehr Wiedersehen. Ich suche mir jetzt einen ruhigen Platz zum Schlafen. Ich will deinen Schwanz beißen. Oh. Nein. Ja. Nein. Dann haben wir es lassen. Au. Du kommst halt mit ins Riesenrad. Okay, da muss ich hin, wo jetzt Schwänze gebissen sind. Ja. Oh. Ich glaube, bald komme ich hoch. Es kann auch ein bisschen dauern. Ich tanze. Das ist ja richtig lame, das Riesenrad. Ich brauche was Besseres. Warte, hier, 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 hier. Jawoll. Jetzt fänge ich da wie so ein Fleisch. Wie beim Metzger, wenn die Tiere in der Teile. Ja, genau. Ach, ist das nicht schön. Sowas ist mega entspannt. Das bringt nichts. Ich kann nichts machen. Oh. Und tschüss. Und tschüss. Ich bin auch. Nein. Ja. Ja. Oh, Mann. Das war es wieder komplett. Okay, wir machen noch eine Versteckungsrunde. Versteckung. Lass mal Versteckung. Okay, der Zookeeper sucht. Komm. Wer ist Zookeeper von euch? Ja, komm, ich mach Zookeeper. Okay, dann muss ich mich... Du musst auf 20 zählen oder so. Okay, mein Name ist Javier. Ich muss jetzt zählen. Ich bin eigentlich schon versteckt. Versteckt oder nicht? Wenn ich dich finde, bist du ein Fisch? Woher weißt du das? Hallo, du Fickst. Nein. Nein. Ich sehe mich auf. Ich schaffe dich. Ich schaffe dich. Du musst mir fragen. Du musst mir jetzt folgen. Nee, du musst mich taisern. Sonst bin ich nie gefangen. Ich hab dich getasert. Ja, okay, gut. Kann man es sehen lassen. Ach, verdammt. Ich bin der Zookeeper. Und ich finde euch. Ich warte auch hier beim Brunnen. Ich hoffe einfach mal, dass ich euch nicht direkt sehe. Warte. LOL. Was, ich schwimme? Wiederkommen. 1. Und los. Wo seid ihr? Habt ihr jetzt ein ganz unfaires Assi-Versteck? Nee, wir haben nur das Spiel ausgenutzt. Also bei uns erledigt man immer die heftigsten Geschäfte. Die Toilette. Mit viel Wasser. Die Toilette. Gibt es hier eine Toilette? Ah. Hm. Seid ihr geflüchtet? Wortwörtlich. Ende Nemo. Coco. Nee. Ich bleibe jetzt da, wo ich bin. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Wir haben leckere Ware. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ganz, ganz lecker. Go vorwärts. Schau mal. Okay. Ich habe Hunger. Hunger, für Hunger haben wir. Aber auch für Durst haben wir einiges. Und wenn sie Nachtisch wollen, wir Nachtisch geben. Bitte serviere mir dein bestes Fleisch. Nee, nee, wir haben vegan. Wir nicht Fleisch haben. Ich bin aber nicht Unge. Unge hat diese Lade finanziert. Oh, hallo, Albert. Du Fischgesicht. Albert, du hast sie gefunden. Waaah. Bist du im Restaurant? Quiet! Nee. Nee. Das hat nicht nur passiert. Nicht dumm? Nicht? What the fuck? Hallo. Hallo. Hallo, was war das? Sie verstellt. Wollte ein bisschen oben drüber? Man sieht auch seinen Namen nicht mehr, ne? Nee. Nein, wer hat mich? Nein, mein Laden. Das war doch ein gutes Versteck. Au! Vor allem, wie du da auch einfach hochkommst. Das ist so dumm. Der Luigi sagt, wie das geht. Du gehst hier hoch und dann von hier... Ich. Hier gehst du... Scheiße. What the fuck? Mach dir her. Das war ja ein Elektroall. Hier wird nicht getanzt. Und wenn, dann nur italienische Salze. Äh. Nein, was? Was? Wollt ihr den Leuten noch was sagen? Au. Kapow! Kapow! Bis zum nächsten Mal.